Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Da sage noch jemand, Geschäftsordnungsdebatten wären langweilig, staubig oder nur rein juristisch. Sie sind hochpolitisch. Das hat dieses Parlament in dieser Legislaturperiode, finde ich, eindrucksvoller Art und Weise gezeigt. Wir haben darauf hingewiesen worden, zu Beginn der Legislaturperiode, in wirklich vorbildlicher Art und Weise dafür gesorgt, dass die in der Opposition befindlichen Abgeordneten ihre Rechte wirksam wahrnehmen können. Das Bundesverfassungsgericht hat uns dafür ausdrücklich gelobt. Deswegen war das ein guter Start. Ich glaube, wir machen jetzt auch einen guten Abschluss in der Geschäftsordnungskultur und Debatte unseres Hauses, wenn wir jetzt diese Korrektur vornehmen. Ich will mich nicht lange bei dem ersten Punkt aufhalten, aber es ist jetzt von vornherein nicht automatisch so, dass die lebensälteste Person, und das mag gerne auch eine Dame sein, Frau Kollegin Hasselmann, von vornherein die geeignetste ist, um ein völlig neues Parlament hier zu eröffnen. Das mag in früheren Jahren mal so der Fall gewesen sein. Aber schon, wenn Sie, wir haben ja schon geschichtliche Fragen beleuchtet, 1848 in die Diskussion hineingeschaut haben, haben Sie festgestellt, dass es dort schon starke Kritik daran gab. Es spricht schon sehr viel dafür, dass die erste Sitzung des Deutschen Bundestages, wo wichtige Entscheidungen zu treffen sind, von einer Person geführt wird, die einfach Parlamentserfahrung hat. Das ist per se erst mal ein Argument. Und nun komme ich zum zweiten Punkt, und der beschäftigt uns hier, und ich glaube auch gar nicht, dass wir dem in irgendeiner Weise ausweichen müssen. Ich habe auch nicht festgestellt, dass die Kollegin Steffen dem ausgewichen ist. Das ist natürlich in der Tat die Frage, ob es in der jetzigen Situation falsch ist, das zu machen, oder ob es, was meine Auffassung ist, was übrigens auch grüne Auffassung im Landtag von Schleswig-Holstein war, als die DVU, die Deutsche Volksunion, dort eingezogen ist, aber waren auch die Grünen massiv dafür, sofort die Geschäftsordnung zu ändern, dafür zu sorgen, dass jemand von der DVU nicht derjenige ist, der das Parlament in Schleswig-Holstein eröffnet. Und ich denke, von den schleswig-holsteinischen Grünen können die Bundesgrünen sowieso vielleicht ein bisschen lernen, also vielleicht auch in dieser Frage. Und den Punkt möchte ich dann vielleicht doch noch einmal aufgreifen. Der Herr Bundestagspräsident hat das ja auch gestern noch einmal in einem Zeitungsinterview aufgegriffen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es geht doch überhaupt gar nicht um die Frage, ob wir das, was wir zu erwarten haben und zu gegenwärtigen haben, von der sogenannten Alternative für Deutschland, ob wir das hier verkraften können und ob wir dem argumentativ gewachsen sind. Natürlich können wir das verkraften. Natürlich hält dieses Parlament das aus. Natürlich werden wir diesen Unsinn widerlegen können und werden wir auch die eine oder andere sicherlich empörte Debatte hier haben. Ich meine, wir reden hier nicht über Kleinigkeiten, sondern es geht um immerhin eine der zentralen Fragen des deutschen historischen Selbstverständnisses, nämlich der Relativierung dessen, was Nationalsozialisten in Deutschland an Verbrechen begangen haben. Natürlich werden wir dem in Debatten begegnen können. Aber die entscheidende Frage ist doch, muss sich dieses Parlament es bieten lassen, gerade durch eine solche Person, die erste Parlamentssitzung eröffnen zu lassen, von der wir viel erwarten, wo wir sagen, und das sieht unsere Verfassung auch so vor, aber das Parlament, die gewählten Abgeordneten im deutschen Parlament, Sie sind die Ersten, die vom Volke die demokratische Macht verliehen bekommen. Und deswegen erwarten wir doch auch alle, dass alle Menschen hierher schauen. Und Sie schauen auch alle her. Aus Deutschland, aus der Welt, international wird der Fokus dann auf diese Parlamentseröffnungssitzung gerichtet sein. Und da muss ich jetzt natürlich, kann man die Frage stellen, wird es in dem Moment so sein, dass dieser Herr möglicherweise derjenige ist, der gewählt worden ist? Und dabei ist nicht die Frage, ob er früher mal in der CDU gewesen ist, ja oder nein. Da ist manch einer in der CDU gewesen, wo ich im Nachhinein froh bin, dass er nicht mehr oder dass sie nicht mehr in der CDU ist. Aber das ist eine andere Frage, die brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht zu eröffnen. Die zentrale Frage ist, ob wir das Risiko eingehen, dass eine Person nichts weniger getan hat und das daran festhält, nämlich die nationalsozialistischen Verbrechen, insbesondere an der Judenvernichtung, an den europäischen Juden zu relativieren, ob wir einer solchen Person diese Bühne hier bei der Eröffnung des Parlaments geben. Und da komme ich, darüber können wir ganz offen miteinander reden, eindeutig zur Entscheidung. Das sollten wir nicht machen. Es wird andere Debatten geben, aber nicht bei der Eröffnung des Parlaments. Herzlichen Dank.